Norddeutscher Rundfunk 2021 Kennen Sie auch, fahren Sie an die Tankstelle und wissen wieder nicht, wo der Tankdeckel ist. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel gucken. Seh ich nicht. Oder man kann sein Handy fragen. Ist natürlich auch eine Idee. Weißt du, wo mein Tankdeckel ist? Das kann ich nicht beantworten. Weiß ich auch nicht. Oder, noch besser, Pfeil im Handschuhfach. Oder Notizen in der Hand. Ach ne, die weiß das nicht. Oder, ganz coole Variante, man kann Tina fragen. Sag mal Tina, weißt du, wo mein Tankdeckel ist? Links. Aber das braucht man alles nicht. Denn bei uns haben sich die Ingenieure etwas einfallen lassen. Da gibt es einen kleinen Pfeil an der Tankanzeige und da findet man bei jedem Toyota, wo der Tankdeckel ist. Das ist ein wenig. Bis zum nächsten Mal. Harajack. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!